Alex ist Richtschütze. Das heißt, er zielt und feuert die Kanone ab. Warum hast du dich dafür entschieden, Richtschütze zu werden? Wegen der Kanone, einfach mal gesagt. Weil das halt so auf dem Schlachtfeld das Wuchtigste ist und das halt natürlich auch Mordseindruck hat. Wie ist es so, die abzufeuern, vom Gefühl her? Wuchtig auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an meinen ersten Schuss erinnern. Das war schon ein cooles Erlebnis. Wenn ich Alex zuhöre, wirkt es manchmal auf mich so, als wäre der Panzer ein großes Spielzeug für ihn. Der Ernst seines Jobs scheint ihm aber auch bewusst zu sein. Ist das auch so ein Adrenalin-Ding? Als ich das erste Mal geschossen habe, ja, das war Adrenalin, aber danach dann schon nicht mehr. Weil man muss sich wirklich auf das Schießen konzentrieren und da ist man voll gefragt. Wenn ich zum Beispiel in einer Duellsituation einen anderen Panzer verfehlen würde, aufgrund meines Versagens, bringe ich auch das Leben meiner Besatzung in Gefährdung. Das darf ich natürlich nicht zulassen.